Wer bist du? Ich hab ein Angebot für dich. Geld im Tausch gegen Squid Game. Wow! Geht klar! Glückwunsch! Das gehört jetzt alles dir. Und vergiss nicht deine Maske. Warum? Sie ruiniert nur meine Haare. Was machen die da? Stresslöser? Hört auf! Alle Stresslöser werden konfisziert. Alle Stresslöser sind ab sofort verboten. Was machen wir jetzt? Wer war das überhaupt? Ich muss es schaffen. Mir läuft die Zeit davon. Ich bin zu aufgeregt. Ich muss mich beruhigen. Eine Squishy-Süßigkeit. Mach dir das nur. Ich probiere es auch aus. Oh nein! Du hast verloren. Und du hast auch verloren. Beruhig dich, Anthony. Relax! Ups! Hier ist meine Süßigkeit. Eklig! Ich verliere lieber, als das zu essen. Zieh! Tauziehen? Sehr gut! Er sieht nicht hin! Was macht ihr da? Oh, geht weiter! Er guckt! Zieh! Ups! Ein Pop-Tube! Oh Mann! Aber es macht total viel Spaß! Ich hab dich gewarnt! Keine Stresslöser! Los! Aber passt auf! Das ist echt schräg. Die Puppe bewegt sich überhaupt nicht. Los, wir gehen einfach! Ich falle! Oh nein! Nein! Sie reagiert nicht. Ich bin gerettet! Aber warum? Ein Pop-It! Sie hat die ganze Zeit mit einem Pop-It gespielt. Was ist denn hier los? Weg da! Ist das ein Pop-It? Stresslöser sind hier verboten. Kommt! Das ist für dich. Blumen sind doch viel besser. Sie mochte die Blumen wohl nicht. Ich liebe nur dieses Pop-It. Der Aufpasser ist hier. Ist das ein Pop-It? Gib es mir! Das werde ich nicht! Ich werde schießen! Oh, Autsch! Du hast mein Herz getroffen! Ich sterbe! Ich brauche kein Pop-It mehr! Schon besser! Ist der weg? Diese Kugeln werden ein genialer Stresslöser sein! Das ist sogar besser als ein Pop-It! Der Chef kommt! Ich muss meinen Stresslöser verstecken! Sag die Wahrheit! Du hast mit einem Stresslöser gespielt, stimmt's? Hab ich nicht! Du kannst nichts von mir verstecken! Scanne ihn! Ich bin mir sicher, dass er einen Stresslöser hat! Da sind nur Chips und Cola an seinem Bauch! Okay, diesmal bist du davon gekommen! Es hat geklappt! Lass uns weiterspielen! Jetzt bin ich dran! Und nochmal! Briefumschläge spielen? Sehr gut! Er ist weg! Lass uns spielen! Diese Mini-Stresslöser sind so süß! Los, wir setzen uns hin! Was? Sie denken wohl, sie können mich austricksen! Das ist so lustig! Erwischt! Oh nein! Lauf! Halt! Die wichtigste Regel lautet Keine Stresslöser! Verstanden? Ja! Und woher kommt dieses Geräusch? Welches Geräusch? Ich hab ein Puppet gehört! Ich werd rausfinden, was hier los ist! Er wird gar nichts rausfinden! Mein Puppet findet er nicht! Erwischt! Du kommst mit mir, Regelbrecherin! Gebt mir eure Stresslöser! Keiner wird mich mehr austricksen! Ich scanne euch! Keine Stresslöser entdeckt! Aber ich beobachte euch! Mädels! Seid nicht traurig! Was ist denn? Erzählt mal, was ich hab! Eine Puppet-Maske! Eine Puppet-Maske! Kommt! Immer mit der Ruhe! Hört auf! Hier ist ein neues Puppet! Na los! Holt es euch! Ist alles okay? Halt dich fest! Such dir eine Süßigkeit aus! Ich nehm diese hier! Nein! Eine andere! Okay! Nicht diese! Es ist doch sowieso egal! Nein, ist es nicht! Diese Spinner-Süßigkeit gehört mir! Darf ich reinkommen? Sicherheitskontrolle! Das ist ein Stresslöser! Du kommst nicht rein! Hi! Du siehst unglaublich aus! Komm rein! Oh! Darf ich reinkommen? Das ist kein Stresslöser! Okay! Komm rein! Hier ist das Geld! Wie wir vereinbart haben! Eine Stresslöser-Puppe! Oh! Es ist doch nur eine Puppe! Keine Sorge! Ich hab selbst einen Stresslöser! Wow! Darf ich damit spielen? Nicht umsonst! Aber ich hab gar kein Geld mehr! Kein Geld? Kein Stresslöser! Oh! Da liegt eine Puppe! Ich werd sie behalten! Der Chef kommt! Kein Puppet! Du hast nichts? Gut! Endlich ist er weg! Hey! Du kannst dich hinter dem Baum verstecken und spielen! Danke! Nicht so schnell! Es ist nicht umsonst! Okay! Hier! Hey! Du da hinter dem Baum! What? Ich bezahl mehr! Hier gibt es schon eine Schlange! schon gut! Nächster! Nächster! Ich hab auf dich gewartet! Heirate mich! Nein! Nein! Du hast mir das Herz gebrochen! Ich bin beschäftigt! Bye! Ich hab sie gefunden! Meine bessere Hälfte! Aber wie bringe ich sie dazu, mich zu lieben? Ich weiß! Sie liebt doch Stresslöser! Also werd ich ihr einen schenken! Einen besonderen Stresslöser! Nur für meine Traumfrau! Erledigt! Dieses Geschenk ist ein Symbol für meine große Liebe! Wow! Unglaublich! Ich verdiene einen Kuss! Äh! Verstehe! Es wird keinen Kuss geben! Wie romantisch! Gratuliere! Ihr habt das Ende erreicht! Also bekommt ihr den Hauptpreis! Wow! Ich kann's nicht glauben! Wir haben es geschafft! Wow! All diese Stresslöser gehören uns! Wir haben unser eigenes Orchester! Was ist denn da los? Oh nein! Das sind wieder diese nervigen Stresslöser! Oh! Das tut gut! Jeder braucht seinen eigenen Stresslöser! Oh!